Ich soll also noch nicht nach Hause gehen? Nein, ich hätte dich gern noch ein bisschen bei mir. Ich habe gestern deine Schwester und Amanda getroffen. Das ist eine große Sache. Ich meine, ein Kind allein groß zu ziehen. Gauna! Was ist los? Ich will zu Mama. Oh, David, wie kann sowas nur passieren? Ich habe eine scheiß Angst. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Rechtlich gesehen könnten sie ihr Vormund sein. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich mal für meine Nichte sorgen müsste. Wo ist die Zahnbürste von Mama? Das ist nicht deine Wohnung. Du hast hier nichts zu entscheiden mit dem Zahnbürsten. Amanda braucht dich jetzt. Manchmal glaube ich, sie stützt mich im Herz. Ich siehe. Dann nach rechts. Halt mich sofort! Willst du denn überhaupt bei mir bleiben? Jeden Tag? Jeden Tag. Das werden wir sehen. Willst du denn eine Frau? Ja, das ist ja billige. isser Untertitelung des ZDF, 2020